Vorgedanke Die Art und Weise, wie man an heilige Texte, an das innere Studium herangeht, übt schon seit langer Zeit eine eigenartige Faszination auf mich aus. Über viele Jahre hin ist dieses Studium mehr als zu einem spirituellen Wegbegleiter geworden. Es ist zur erlebten spirituellen Führung zur Ausweiterung meines spirituellen Lehrers geworden. Damit ist eine tiefe Verbundenheit und auch eine Liebe zu diesem Studium entstanden. Mit seiner Begleitung durfte ich eine wundersame Pilgerreise machen, welche auf Radha Krishna hinzugeht, doch niemals endet. Jeder Pilgernde wandert einen langen Weg. Der fast unbeschreiblich reich ist, voll von erstaunlichen Erfahrungen, von Freuden und Seligkeiten, aber er geht auch durch Wüsten und vereiste Länder, in denen man keinen Ton vernimmt, wo das Grauen wohnt, an Abgründen, worüber und durch Gefährdungen, von denen sich der Wanderer zuvor nicht hat träumen lassen. Vorausgesetzt immer, dass er ein Wanderer ist, denn man kann auch als Pilgernder stehen bleiben. Auf dieser Reise wurde ich nicht nur geführt, sondern lernte natürlich auch die liebliche Instanz meiner Führung genauer kennen. Dieses kleine Kompendium über die Herangehensweise an heilige Texte ist aus jahrelangen Begegnungen mit ihr entstanden. Wir haben uns oft gerieben, gestritten, Nächte durchgerungen und unser Liebesverhältnis ist dabei effektiv immer nur gewachsen. Ich beobachtete über die Jahre, dass einige die heiligen Schriften einfach nur wörtlich nehmen, fundamentalistische Tendenz, und andere glauben, einen Weg des Herzens zu gehen, und betrachten das Studium nur als intellektuelle, mentale Auseinandersetzung. Der dritte Weg wäre das Studium als Gebetsweg, als Begegnungspfad mit Gott, dem Sprecher und Offenbarer der Texte. Da ich dazu nicht so viel Führung in der Tradition der Bhakti gefunden habe, Reflexion ist nicht eine Stärke des indischen Kollektivs, noch die Vaischnavas oft darüber habe sprechen hören, begabe ich mich vor vielen Jahren auf eine Forschungsreise. Jede spirituelle Auseinandersetzung beginnt mit einem Aufschrei, mit einem Ruf. Genau auf diesen hat Krishna gewartet und darf nun eine allmähliche Führung offenlegen. Die habe ich gespürt. Vieles davon hat sich nun in eine solche Anleitung zum heiligen Studium kondensiert. Lange Zeit habe ich gezögert, solche Gedanken zum inneren Studium in schriftliche Form zu bringen. Denn ich bin ja auch nur ein Mitreisender, der durch die Begleitung des heiligen Studiums auf dem Weg zur direkten Gottesbegegnung ist. Dass ich diese Weggedanken dann dennoch niedergeschrieben habe, war eigentlich mehr eine Vertiefung und Bewusstwerdung meiner Beziehung zur heiligen Schrift und ist niemals als Belehrung an andere gedacht. Ich glaube nicht, dass es eine offizielle oder letztgültige Gebrauchsanweisung zu heiligen Texten gibt. Die Herangehensweise bleibt etwas gänzlich Individuelles. Die nachfolgenden Gedanken sind eher ein Teilhaben lassen an einem persönlichen Gebetsleben, an der schrittweisen Begegnung mit Gott in Gestalt seiner Offenbarungsschrift. Vielleicht mag man daraus Inspiration entnehmen, vielleicht geht man aber auch in einen ganz anderen Weg. Der Geist ergötzt sich an Romanen oder den Tagesnachrichten. Wie formen sich unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung, wenn wir einmal ein paar Monate freiwillig auf alle weltliche Lektüre, auf das gedruckte Geschwätz und die in Zeitungen besprochene Banalität und Kommentierung des Oberflächengeschehens verzichten und uns nur gebetsvoll dem Bhagavatam widmen. Meine Erfahrung von solchen Experimenten war lebensweisend. Platon betrachtete Eros als den Mittler zwischen Mensch und Gott. Wenn die Seele die Formen und Dinge in der Natur erlebt, dann taucht in ihr eine vage Ur-Erinnerung auf, eine Sehnsucht, eine Ahnung an etwas ganz anderes. Denn alles hat in der Wirklichkeit seinen Ursprung. Diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, hinter der Erscheinung, nach der Substanz, hinter der Verpackung, nennt Platon Eros. Es ist die Liebe-Sehnsucht der Seele nach ihrem Ursprung. Von nun an erlebt sie den Körper und alles Sinnliche als vorläufig. Von der Sehnsucht der Liebe, Eros getragen, will die Seele heimkehren. Platon beschreibt alle Phänomene in der Natur für bloße Schattenbilder der ewigen Formen und Ideen. Sri Krishna erklärt in der Bhagavad-Gita 10.41, dass alles Schöne nur ein Funken seiner selbst ist und eigentlich auf ihn hinweist. Also eine Spiegelung, bei der man selber noch nicht stehen bleiben darf. Aber nicht alle wollen die Rückreise antreten. Die meisten Menschen klammern sich an die Spiegelbilder der Ideen in der Sinnenwelt. Sie sehen Körper in unendlicher Ausführung, aber sie sehen nicht das, wovon die Dinge nur eine Nachahmung, ein Schatten sind. Heimkehr beschreibt Platon als den Weg der Philosophen. Gemäß Sokrates ist Philosophie die Kunst der Mäutik, der Hebammenkunst. Es geht effektiv um Geburtshilfe, der Spur zu folgen, wohin einem der Eros hinbringen möchte. Es ist auch der Sinn des heiligen Studiums, einem bei dieser radikalen Neuwerdung als Geburtshelfer zur Seite zu stehen. Da die Beschäftigung mit heiligen Schriften oft von der Eingleisigkeit religiöser Fundamentalisten geprägt ist, widme ich mehrere Kapitel den Grundstimmungen, wie man überhaupt an ein solches Studium herangeht. Mit dir auf der Reise Krishna Chandra beim Neuwerdung